Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute im Donnersbergkreis in Rheinland-Pfalz unterwegs und zwar gehen wir dort den Adolf von Nassau Weg. Dieser Weg hat etwa 17 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese Wanderung so ist, dann kommt mit. Guten Morgen! Moin Moin! Moin Moin! Moin Moin! Moin Moin! Moin Moin! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Hier auf dem Weg sieht man richtig schön, dass der Herbst Einzug gehalten hat. Das hier ist die Ludwigshalle. Sie wurde erbaut zu der 50-jährigen Zugehörigkeit von der Pfalz zu Bayern und zwar 1866. Noch etwa drei Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Auto. Die Tour hat uns gut gefallen. Die schönen Herbstfarben, das hat uns richtig gut gefallen. Aber auch der jüdische Friedhof oder auch der alte Friedhof Rosenthal und auch die Ludwigshalle sind Highlights auf dieser Tour. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch sowie über Kommentare sehr freuen. Also, bis dann. Tschau, tschau. Tschüss. Tschau. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020